jo leute und damit willkommen zurück zu das glückprojekt mit flash nein nur mit centus heute ausnahmsweise doch noch heute wieso nur heute weiß ich nicht danach ich weiß was ich mache nix ich mache eine kleine hühneranlage also machst du da nix so an einmal ein feld und da immer hühner und da und dann hopper und eine kiste ach so langweilig nachher ist scheiß auf so von da nach da dann hier lang hat einen schaden doch nö flash macht gerade nur barrels nutzen ich mache gerade fingern im buch mexiko sagte dann auch noch nein doch wieder lava ist denn bei mir und so mal wieder alles reparieren von helle geht die kometen haben nein nicht keine lust ich fand das lustig noch trotzdem immer noch nicht repariert nein 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 was bietest du eigentlich an herr war das schlechte qualität dein haus ist kaputt voll schlechte qualität aber nicht mein haus ist heil naja ja genau heil mal gucken ob so viele items reichen wie ich bin was war hier falsch ist doch nicht wahr alter schwede war das gott dein ernst nein weiß nicht warum hast du das was denn und rüffst du hier rum hä ich doch nein oh doch doch ich habe es genau gehört und nicht nur ich gehört jeder hat es gehört ich weiß genau und jeder andere weiß genau dass du das warst nein war das nicht wenn das einer war dann du nein doch was ist das gesagt nur wieder pinke eimer nein hatte keine pinke eimer muss um die kisten weg und da muss sie so einen raum dafür anschaffen für die pinken eimer die pinken eimer sollten vielleicht haben so einen raum und schaffen so eine schöne quelle so aus denn hier ende hier ist ende naja vielleicht hast du ein dachschaden doch nein das wüsste ich doch und aus dem wenn ich ein dachschaden haben was hast du dann das waren dann brauchst du komplett sanierung deines körpers weil das nicht das schaden okay hab ich eigentlich ein kieb oder mit mir fast können die letzten benötzter den drètsten quatschen immer folgen ist immer da lang und er kommt wieder ganz nach oben müsste der eigentlich ja 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 der bin ich wohl doch dass ich noch so ender chests habe jetzt habe ich denn hier welche drin nein das muss ich schon wieder kräfteln habe ich ja voll zu tun habe ich hier ein hast du nicht die resten sie da drüben haben in der pelle würde ich hoffen so richtig geilen haushalt hier ich finde ich nix wieder wie immer eine wolle und vier von den komischen sind es mal ab sofort jetzt her tutorial wie habe ich gehört ist gar nicht klar nein aufzulügen nach fälschen test bist du ein lügner nein doch so zweimal schenkt alle in die kommentare schreiben was er gehört werden die kommentare schreiben nein ich singe nicht nein definitiv werde ich nicht singen doch moment ins bett doch bin ich gerade am arbeiten ok auch gar keine helligkeit ich bin unten dann dann mache ich jetzt einfach den pc an das weißt du ne welchen den monster pc ja mach doch ich will mal wieder paar knochen starten ja mach das das ist unten der hebel umgeschaltet der kann so bleiben obwohl die kann ich erst mal ansammeln oder komm ich sammeln sie erst mal an ja ja ach so ich habe ja noch den nothebel an fackeln habe ich auch nicht egal ach vor ins loch gedreht gut der fleisch hat einen knall nein doch auch und sie kommen alle nacheinander runter geflogen so läuft das schön ja ich habe noch 73 level 37 damit relativ interessant im moment kann ich deswegen ist das so schwarz in der mitte schwarz ja du bist wieder der rassist jetzt gerade hier ja du bist wieder der rassist jetzt gerade hier nein doch die brücke ich glaube ich auch nicht mehr da lass ich ne paar im inventar die nehme ich noch mit iron pipes wieder und sammeln sich jetzt wieder aus an hier hallo ihr monster und geht alle sterben und so viel erfahrung glaubst du ja das kann man denn mit leder machen mit putz auch guck mal gerade ja mach das wenn man irgendwas interessantes bauen kann aber wegen man braucht ich glaube nicht so wirklich jeder klamotten ist mein tag auf und ich weiß gar nicht dass sie noch steam an hat nicht für die tiefrüstung aber das ist uninteressant dafür ein bisschen das detektor villager so ich habe ein skelettkopf aus dem knochen herz bekommen langweilig langweilig chocobo backpacks ender punch da man damit ich weiß es gerade nicht habe ich nicht da auch nicht wirklich habe ich von den steinen nichts mehr dabei kann ich verschmeißen ich glaube das einzige was sie gerade verwehrt ist der unnötigste quatsch alles noch Müll rein. Ja, ja. So ist das nicht anders. Gänzen weit, ne? Weep, 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 weep. Weep, weep. Schau mal, was haben wir denn hier für... Warte mal, hier ist die Diatruhe. Genau, dann tausche ich mal die Diatruhe gegen das aus. Okay. Der Recycler läuft, das ist super. Das ist herrlich. Findest du? Ja. Wollen wir mal was gucken? Ich hab die noch mal ein bisschen lauter gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu laut ist wieder. Was denn? Ich hab die einfach mal lauter gestellt. Achso, ja, hab ich schon vorhin gemacht bei dir. Weil du ab und zu weißt ja, bei dir ist das so, dass du ab und zu mit einmal leiser wirst. Ich weiß. Aber hier wird grad bestimmt auch, ne? Aber mich stört das nicht. Hm. Hm. Kann die Kiste nach oben oder nicht? Nein. Kann sie nicht. Naja, kann sie auch nicht. Ich bin grad überlegen, wie ich das hier mache, richtig. Weißt du? Wenn du hier wieder keine Ahnung hast, muss ich das ja machen. Lass ruhig. Du wirst keine Ahnung, ja. Du wirst nie Ahnung. Fackel, dann machen wir das jetzt mal. Ganz ungenieit so. Du hast überhaupt keine Ahnung. Das... Oh. Auf die Truhe, danke. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist ein kleiner. Kleiner Centus. Ne. Doch. Nein. Items in Inventory pumpen. Ach, da kommt das jetzt her. Okay, das kann ja auch nicht gehen. Alles. Nein. Kann das nicht, wieso nicht. Ach komm. Ich hab ja keine Ahnung von meinem System hier. Ja, ruhig. So, warte mal den. Null Ahnung hast du. Was ist denn Bau? Ich hab mal ein Video gesehen, man kann im Minecraft Vanilla einen Tunnelbohrer bauen, ne? Ja. Ja. Ja, der kann 900 Blöcke funktionieren. Okay. Danach ist der Wizard tot. Mit so einer Maschine. Dann kannst du den Wizard in den Minecraft reinpacken und das Minecraft fährt dann auf Zäune oder auf diese Steinwände. Und da sitzt halt der Wizard drin und der Wizard macht halt immer vor sich halt die Blöcke kaputt. Ja. Okay. Damit funktioniert das voll geil. Auch nicht schlecht. Komm also auf die Idee das zu machen. Ja, ja. So ein Engländer war das. Ich fand das so lustig. Auch geil gemacht. Von der Idee her. Wie gesagt, man kommt immer auf irgendeine Idee. Ja. Und Vanilla kannst du auch ne geile Mobfarm bauen. Ja. Bei der Gevi Tour gesehen. Ja, jetzt kommt ja bald das mit den Hunden und dann kann man das ja noch besser machen.